ich bin einmal im kreis gelaufen kann das sein scheiße ich muss aber wolle suchen wolle 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 mist alter nie gedacht dass wolle so wichtig wäre für mich ich brauche entweder mary oder schäfchen die ich scheren kann ja in die wüste das wäre doof da ist nämlich gar nichts afrikokos mitnehmen bibor wird auch sicherlich keine wolle droppen lassen seine schnauze ok aber hier ist lehm das ist auch gar nicht schlecht merke ich mir einfach werde ich jetzt einfach ignorieren da ist ein blattstein gucken ob ich den abhauen kann ja doch nicht doch hat geschehen hat geklappt gut ja ich werde jetzt einfach mal ich weiß nicht soll ich nach hause ja da ist noch weit okay dann werde ich da noch ein bisschen suchen aber sonst weiß ich nicht mehr viel was ich noch machen kann sondern ich brauche jetzt erstmal wirklich meine wolle und wolle das ist wichtig weil ich will wolle habe und wenn ich nichts wolle kriege dann bin ich gar mal arsch bin ich dann ja weil ich brauche wolle und ich weiß auch dass plex wolle braucht deswegen fange ich so früh wie möglich an und mache das jetzt schon da hinten ist ein pokémon center ey wenn das jetzt eins mit wolle ist also weißer wolle auch dann habe ich glück was ist das denn hier hast du nur ein bug hier mach mal den block weg bitte ach nase kratzt ein bisschen aber läuft sonst ne läuft ey ohne scheiß das ist ich habe so ein verficktes geiles glück ne ich habe so ein verficktes geiles glück ganze wolle wird mitgenommen oh bücher kann ich auch mitnehmen ich werde mir ja alles mitnehmen so an sich also viel wie ich kann das sind das für blöcke ich komme nicht ran das ist die scheiße ey aber gut dass ich wolle hier gefunden habe das ist echt hilfsreich sage ich mal ja hier die wolle nehme ich natürlich mit hier die bücher nehme ich mit die können ja auch wichtig sein ich werde jetzt hier das pokémon center noch ausräumen dann werde ich die wolle die ich halt bekommen habe werde ich nutzen um bei mir noch ein bisschen auszuschmücken und ja ich habe da echt glück dass ich das gefunden habe weswegen ich da jetzt auch alles abbauen werde ich habe kein essen mehr das ist jetzt gar nicht so toll naja ich werde erstmal jetzt noch die bücher mitnehmen und dann noch die wolle abbauen glowstone kann ich auch mitnehmen das dach lasse ich aber so glaube ich die pistons können mit das kann mit die wolle das kann auch mit das kommt mit das kommt mit ich weiß gar nicht ich glaube ich brauche gar nicht so viel schwarze wolle und im notfall kann ich ja auch immer hierher wieder hinkommen das ist ja nicht schlecht dann so läuft würde ich sagen würde läuft echt gut dass ich das jetzt gefunden habe ist echt gut gewesen ich baue das noch ab rot kann man ja immer für teppich benutzen das sieht super aus dann in dem leben und ja auf jeden fall was echt wichtig ist leute habe ich euch ja schon am anfang der folgen gesagt oder folge gesagt feedback einfach feedback geben es kostet euch ja nicht viel macht es einfach macht es einfach es freut mich nämlich immer feedback zu lesen oder zu sehen wie jedes projekt ankommt zum beispiel es wird auch nacht und das heißt dass ich mich hier gleich verbessern werde wasch so ganz locker flockig so das ist jetzt echt gut nur das ding ist jetzt dass das ist ein manky und ich brauche isen blattstein nehme ich mit spitzsacke ist kaputt läuft nicht läuft nicht so wir haben jetzt also das reicht das reicht auf jeden fall das reicht und ja ich hoffe ich gehe jetzt in die richtige richtung zum glück sind ja keine mobs an sondern äh monster an oder mobs ja mobs monster da muss ich halt immer nur warten ich glaube ich nehme mir das mit läuft auch wenn ich mir das mitnehmen so kleines süßes vokano geht doch immer klar komm her kleiner da seht ihr unten noch den ball die animation die wackel animation und da hoffen wir einfach dass er drin bleibt ne ok schon das dritte mal heißt wir haben ihn gefangen ja gefangen läuft ja ich werde zu den pokémon die ich fangen werde ich werde so viele fangen wie ich also ich werde wirklich 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 viele fangen und ähm ja lasst euch da äh seid gespannt wie es wird wie wir alle wir werden ja wie gesagt auch ich glaube wenn jeder mal so pokémon ab level 50 hat dann werden wir viele fangen und also viele werden gefangen von uns ich meine ich habe schon viele also an sich jetzt und ähm ähm hier was wollte ich sagen wir kämpfen dann gegeneinander und zwar wollten wir das so machen dass wir dann alle pokémon in die box tun und dann sagt zum beispiel jetzt ich kämpfe gegen fabi und fabi sagt zu mir box 3 pokémon 5 da muss ich das da muss ich auf die box 3 zugreifen und zum pokémon äh das fünfte pokémon da draus nehmen und das machen wir dann bis wir 6 pokémon im team haben und dann battle wir und das heißt der gegner entscheidet was für pokémon hat also gegen der gegner entscheidet sozusagen gegen was für ein team er spielt und ich habe echt hunger also nicht in real life sondern jetzt hier wisst ihr was alter slash tp null 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 alter zum glück habe ich die inventory drin alter das wäre jetzt scheiße gewesen naja aber ich habe zurückgefunden das ist auch die hauptsache ich leck das aber ja hat eben geleckt so kann ich nicht schlafen so und ich werde jetzt noch hier ein bisschen arbeiten dran und jetzt noch weiße wolle suchen die ja jetzt bei den schafen und bei den voltilams sein müsste und ja da sind die schafe oder das schaf ist hier und da hinten ist ein fluffy das läuft doch läuft doch läuft doch hier hunter das kann ich auch langsam mal entwickeln lassen muss ich nur mit wem aufnehmen ei ist paralysiert weg mit dir äh weiße wolle guck ich gerade mal ist hier kein schaf noch da gib mir das so ich werde dann jetzt zum wie heißt wer heißt zum haus gehen also haus in anführungszeichen und da werde ich ein bisschen business business machen dachen snacken kacken so ja ich bin echt komisch gerade drauf aber das tut ja eigentlich nichts zur sache und zwar waren das doch 1 2 3 4 5 6 und das waren jetzt 1 2 3 4 5 und die 6 war es das jetzt an weißer wolle ich glaube schon ja war es das war es also fürs erste fürs erste nicht jetzt denken oh mein gott der braucht keine wolle mehr doch 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 ich brauche noch wolle leider sehr viel sogar und da ich jetzt schwarze wolle habe kann ich mir jetzt erstmal eine schaufel machen oder habe ich noch eine ja ich habe noch eine so das heißt das kommt weg die schwarze wolle hole ich jetzt raus ich hoffe das reicht an schwarzer wolle es müsste aber reichen so zack und zack erst mal jetzt gucken dass das hier richtig hier reinkommt und das hier zack so das hat auch jetzt form und das ist jetzt so dass ich jetzt hier warte ist das einer zu wenig oder einer zu viel ich weiß es nicht warte mal ich werde jetzt erstmal ich glaube das ist einer zu wenig dann tue ich da jetzt noch ein reinklatschen tun so dann tue ich das jetzt erstmal hier machen und ja das kommt weg ja okay das ist richtig so oh mein gott ich wäre fast runter gefallen dann muss ich hier wieder den machen und nicht geschafft ich muss gerade gucken wo hier kommt jetzt vollkommen ah ne über dem fenster müssen die sein und das war's war das da hin ich hoffe mal ich mache es gerade richtig aber dürfte richtig sein am besten hier hinten warte mal ist ja hier ist alles voll mit schwarzer wolle dann kommt das noch dahin das hier und das das hier bleibt auch nicht frei so und jetzt dürfte das eigentlich soweit ready sein jetzt muss ich nur noch gucken da da ja boah das tut mir leid das tut mir jetzt echt leid das war auszusehen so jetzt muss ich nur noch den Sand nehmen die Öfen sind doch in meinem Inventar ja genau da dann nehme ich den Stack dann nehme ich den Stack habe ich noch einen Stack ich brauche gar nicht noch mehr aber dann kann ich den hier da rein tun ähm Holz habe ich noch ne ja dann nehme ich das für das für das und ähm ähm das hier für den Stack so jetzt müssen wir nur noch warten bis wir schön Holz haben äh bis wir schön Dingens haben und dann läuft würde ich sagen so oh dieses Eckens ne das nervt das muss hier einmal weggesnatchelt werden so fertig Glas Glas oh ich bin so scheiße dumm Glas Glas ich nehme es lieber aus der Hand Glas und dann erstmal hier vollbatschen erst wenn es voll fertig ist hier oh hat es geleckt ein bisschen ein bisschen oh fehlt nur noch eins alter äh dann nehme ich einfach Ebiturk und fliegt da hoch ouch ja uh für 60 und zack bin wieder hier ähm jetzt nehme ich Hero wieder rein gut nein es hat geleckt so und jetzt sieht das so aus ah ne da fehlt noch was oh lol alter ich nein 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 ich nehme jetzt auf geht einfach mein Handy los nicht schön nicht schön nicht schön Alter reicht das das reicht nicht oder oh nö da fehlt noch eins genau eins fehlt da noch ne das ist ja typisch alter alter jetzt hör mal auf meine Fresse ist ja ekelhaft dass ihr mich jetzt anruft während ich aufnehme weißt du ich nehme einmal auf und die scheiße vibriert wie kacke das gibt's nicht und zack fertig läuft würde ich sagen läuft würde ich sagen ich weiß aber nicht ich glaube ich würde hier lieber oder warte mal ich finde das ehrlich gesagt ach ich habe was vergessen ich bin auch dumm ähm ach ne ich habe ja Holz ne hä was ach ja boah ich bin wirklich dumm hier ich hoffe es reicht äh ne das reicht nicht oder ey das kann doch nicht angehen hier scheiße so und dann würde ich sagen äh war es das auch für heute ich habe jetzt hier halt diesen Umriss hier gemacht daraus wird halt noch ein Haus verspreche ich euch und ja wie gefällt es euch bis jetzt mir gefällt es eigentlich ganz gut ich gucke mal nochmal nach ob es richtig ist ja ist richtig also ich habe es geschafft sage ich mal warte ich kann ja mal ich finde das besser wenn man diese Connect Dingens nicht an hat wenn man bei dem Haus finde ich besser da muss ich mal gerade gucken wo das ist äh wo ist denn das dieses Connecting Textures Others äh äh wenn ihr wisst wo das ist sagt mir mal wo ich diese Connecting Textures einstellen kann bin ich gerade zu dumm oder sehe ich das hier nicht hier war ich doch gerade äh Quality ich gucke gerade noch Normal Textures On ne das war es nicht Quality Connected Textures Off sauber habe es gefunden braucht ihr mir gar nicht mehr in die Kommentare zu schreiben ja so finde ich das besser ähm ja ich gehe jetzt hier noch pennen zack zack und ja Leute danke fürs zugucken wie gefällt euch das Haus und bitte macht mal ein bisschen mehr Bewertung und ja kommentiert mehr und liked auch ein bisschen mehr würde mich echt freuen und ja bis dann Leute und haut rein tschüss es und aber es